ja li hallo hast du ein plan wer dran sein könnte nee nicht ganz wer könnte ich noch sein kein keine sorge ist nichts schlimmes alles cool ja geht gut geht gut du bist gerade in einem video online und zwar hast du denn heute eventuell zeit und zwar würde ich sagen ich gehe mal davon aus dass es für dich am einfachsten sein wird mit der u-bahn oder s-bahn irgendwie dich in hamburg vorzubewegen oder genau genau dann mach mal folgendes u-bahn station sternschanze da darfst du gerne hinkommen und zwar was hältst du davon wenn wir uns dort 15 uhr treffen jetzt haben wir es kurz vor zwei ja einwandfrei super treffen wir uns 15 uhr da ich habe ganz normal mein clash of clans shirt an ich renne da irgendwo rum du siehst mich ich bin ein meter 90 groß und fast 100 kilo schwer ich bin nicht zu übersehen perfekt super ich habe eine sd karte bzw sogar zwei sd karten haben noch eine andere kamera mit bei nimm du ruhig dein ding mit dann gucken wir was das beste ist und dann haben wir zusammen spaß super bis dann ciao ciao so ja so macht man sich ein kamera date klar und dann ja ist natürlich auch an euch gerichtet also sprich sternschanze u-bahn station dürfte natürlich gerne mitkommen wenn ihr bock habt und ein paar pokémon ja sammeln catchen wie auch immer wollt und dann sollten wir da richtig richtig viel spaß haben und ich denke das wird so abartig abgehen ja wie gesagt so was wird es dann garantiert weitergeben also sprich klar clash of clans wird natürlich auch weitergemacht aber ich denke mal mit pokémon go sind wir erst mal richtig richtig gut dabei und ja ihr dürft dann mitmachen ihr seid dann in einem video mit dabei ja schauen wir mal wie das wird haut rein leute ich denke mal so ja je nachdem was der handy akku her gibt ich denke mal so eine halbe stunde stunde wird es garantiert gehen haut rein